das ist erstmal port atlantis official hey kann ich mit dir reden wunderbar also hallo und welcome to calypso ja das hatten wir ja schon also ich soll siehst du deswegen feinde swam camp so ich möchte nämlich hier swam camp hin habe ich ja schon ich wusste ja dass es hier eine quest gibt wo man dann auch eine belohung dafür bekommt vielleicht basic equipment okay inventories torchtamil ripary equipment find the equipment guide okay das neue quest ach ja da kann man hier die ganze ich werde mal die ganzen quest anfang annehmen hier das sind die weibung find the medical guide ja okay und dann müssen wir noch ein hier das sind alles die grundlagen die wir schon ganz am anfang hatten ich will jetzt mal die ganzen quests hier bei den typen annehmen ein social guide ist im social building gut okay wunderbar so jetzt habe ich also einen ganzen haufen quests angenommen wo seid ihr da ist die quest mission log find the equipment building so wo ist dann die revive basic track das ist da hinten find the medical guide ja den hatten wir doch schon aber das ist ja egal so und was müssen wir noch find the equipment building ja find the social building ja und mit track sieht man hier unten am radar unten rechts immer wie das ziel wandert ja ich habe das am anfang natürlich ein portland das ist da draußen genau das haben wir schon gefunden das heißt wir können also jetzt ratzfatz hier vier quests können wir ratzfatz welcher ist denn am nächsten der medical guide war dahin irgendwo genau der ist ziemlich nah nehmen wir doch mal den also irgendwie ist das schon eine hilfe hier